Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Omkwengis und einem weiteren Part. Portal 2. Ehrlich gesagt habe ich gerade schon ziemlich die Schnauze voll. Warum? Dazu eine kleine Geschichte. Ich bin ja mittlerweile schon zum... Ja, Penumbra hat geklappt. Penumbra habe ich schon aufgenommen. Kommt heute 20 Uhr. Geht der Horrorspaß los. Montag, Mittwoch und Freitag. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag 20 Uhr in der Folge Penumbra. Aber mit Portal wollte es nicht so klappen. Ähm, da muss ich jetzt schauen, was da los ist. Da meine externe Fetzplatte eine kleine Macke hat. Was heißt kleine Macke? Die funktioniert auf einmal frei. Aber wenn ich jetzt aufnehme, gibt es das Problem, dass meine externe Fetzplatte so nach einer Minute sagt, nö, nö, äh, ja, okay. Eine halbe, oder eine Minute, eine halbe Minute reicht als Let's Play. Hör ich mal auf, aufzunehmen. Und da muss ich jetzt mal noch schauen. Oh ne, andersrum. Da muss ich jetzt schauen, was da das Problem ist. Weil ich hab mir extra dafür eine externe Fetzplatte geholt. Ich werd sie nachher mal formatieren. Gucken, wie sich das dann verhält. Und mal schauen. Das hab ich nämlich nicht gemacht. Die mal formatiert, bevor, äh, nachdem ich sie bekommen habe. Sollte man eigentlich mal machen. Aber ich hoffe, die funktioniert dann wieder. Und deswegen nehm ich jetzt schon zum fünften Mal Porte auf. Also man kriegt's in den Kopf, Jungs. So, deswegen nicht wundern, wenn ich einige Dinge jetzt... Die nächste Testkamera kann ich jetzt auch relativ schnell. Ja, das hat sie jetzt gesummt, weil hier heute Geburtstag ist. Und... Ich weiß nicht, ob ich dazu ein Video gemacht habe. Ich weiß es noch nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt erwähne. Wahrscheinlich hab ich kein Video dazu gemacht. Oder nur ein kleines... Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Hm. Komm, passt auf. Ich mach die Folge Porte, mach ich heute länger. Aus folgenden Grund mach ich die heute länger. Ungefähr eine halbe Stunde versuche ich. Ähm. Ich mach den folgenden Grund länger. Es ist soweit. Wir können feiern. Denn... Ein Jahr Craigs LP. Tatsächlich. Ich habe den einen Tag zufällig auf den Kanal geguckt und hab mitbekommen... Oh mein Gott. Am Sonntag ist es soweit. Ein Jahr Craigs. Also am... Ab Sonntag war es soweit. Ein Jahr Craigs LP. Ich wollte es ja selber kaum glauben. Und deswegen kommt heute sozusagen die... Die 100... Eine kleine 100 Epi... Äh, 100. 100 Jahre. Okay, 100 Jahre wären da doch zu viel. Ne, eine kleine... Episode à la... Ein Jahr Craigs LP. Ein ganzes Jahr, der... Ich denke mal, jetzt werde ich auch ein bisschen thematisch hier was machen. Ein ganzes Jahr, in dem wir so viel Mist gemacht haben. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren... Seht ihr jetzt... Nach all den Jahren kommen ja auch die Tränen, weil es so viele Jahre nun schon Craigs LP gibt. Ein ganzes Jahr Let's Play ich jetzt schon. Anfangs... Man kann sich ja mal die erste Folge angucken. Oder das wirklich allererste Let's Play war Skyrim. Weil ich habe von meinem alten Kanal, habe ich die Videos dann einfach mal so... Teil 4, die Überraschung. Ne, von dem alten Kanal habe ich die Videos dann einfach so schnell hochgeladen. Und da war Spyro das erste Video. Tatsächlich war das erste Video, was ich aber als Let's Player gemacht habe, Skyrim. Ja, und dann später... Ah, warte, jetzt kommt die Überraschung da. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Ahaha, das war keine Überraschung, dass du gelogen hast. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Nee, also ähm... Später kam dann diese ganze Cry of Fear-Kram. Das war ja... Das war wichtig für meinen Kanal. Das war sehr wichtig. Äh, was auch wichtig war, waren diese ganzen Sachen rund um Slender. Also da kann ich auch nochmal... Also die Indie-Horror-Games haben mich auch ein bisschen... Mein Kanal ein bisschen geprägt. Anfangs. Also ich war ja mehr oder weniger dafür bekannt, dass ich diesen ganzen Horror-Kram spiele. Deswegen kommt mittlerweile auch wieder Penumbra und Amnesia. Und mit ganz viel Glück werden wir ein Spiel spielen, ähm, wo nicht unbedingt jeder, glaube ich, zuschauen wird. Und zwar The Evil Within. Das neue Spiel von Bethesda. Was auch bald dieses Jahr erscheinen soll. Ich glaube dieses Jahr... Nee, nächstes Jahr, oder? The Evil Within. An End erscheint The Evil Within. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das auf der E3 auf jeden Fall schon war. Das werden wir auch noch spielen. Und das ist richtig krank. Und allgemein möchte ich wieder zurück in die Horror-Ecke. Ich möchte meinen Kanal da ein bisschen noch Treue beweisen. Mein Konzept. Keine Angst, das bedeutet nicht, dass wir wieder Minecraft spielen. Daraus habe ich damals gelernt, ne? Das ist ja so eine Sache. Das ist ja so eine Sache. Da müsste ich mich ja mal bei jedem bedanken. Äh, speziell damals bei meinen Schulkameraden. Also die jetzt nicht mehr in meinen Schulkameraden sind, weil Schule vorbei und so. Ähm. Ähm. Da sind eigentlich die meisten Sachen so gekommen, wo es dann hieß. Äh. Also auch so Minecraft-mäßig. Pass auf. Das ist jetzt scheiße. Das ist, das ist unnötig. Das ist blöd. Das ist, äh. Das ist absoluter Mist, ne? Und da, da kann man ganz dankbar sein. Weil, hätte ich das nicht gemerkt, hätte ich das vielleicht weitergemacht. Und dann wäre da ganz viel Scheiße rausgekommen mit diesem Kanal. Also an der Stelle, ich denke mal, die Leute wissen, wer gemeint ist. Vielen Dank. Hm. Sind ja nicht so viele, die in meiner Klasse waren und meine Let's Plays geguckt haben. Das waren Zeiten, ne? Let's Play Candids. Let's Play Inside. Let's Play, äh. Als ich noch fünf Videos am Tag hochrevomert habe, mitten in der Nacht. Ach ja. So, jetzt höre ich aber auf zu labern hier. Weil wir haben ja auch noch was Produktives hinbekommen. Das ist das Problem dann meistens. Wenn nichts mehr Produktives hinbekommen. Okay. Ja, und jetzt, wo wir einmal auch gerade dabei sind, können wir im Prinzip auch mal die Geschichte von, ähm, Crankers IP ein bisschen nacherzählen, nachempfinden, wie auch immer. Ähm, ja. Wie ist der Kanal überhaupt entstanden? Ich weiß nicht, ob ich es offiziell auf meinem Kanal schon mal überhaupt erzählt hatte. Warte mal, jetzt. Okay. Ähm. Ja, wie fange ich die Teile? Ah, okay, ich sehe schon. Der Lichtbrücke müsste das gehen, oder? Nee. Ich habe hier die Lichtbrücke. Warte, eine Lichtbrücke. Äh, haha, wow. Ach so, ja, okay. Nee, der Kanal ist eigentlich aus reinem Zufall entstanden. Also, ähm, ja, wer weiß, äh, wie mich das auf diesen Weg gebracht hat. Also, ich habe ganz am Anfang, hatte ich natürlich, äh, meinen Musikkanal. Das ist allgemein, äh, ja, das habe ich schon öfters mal erwähnt. Musikkanal. So. Dann war das Problem aber mit der GEMA, dass die GEMA irgendwann gesagt hat, nee, nee, mein Freund, so geht das nicht mehr. Äh, das machst du nicht. Und dein Video, hier wurde fast jedes Video gesperrt, und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ihr erkennt mich mal. Ähm. Und hab dann, weil ich sowieso schon computermäßig ein bisschen auf den Trip war, hab ich mir dann gesagt, okay, ähm, dann machst du einen Musikkanal. Äh, dann machst du einen Tutorialkanal. Weil ich ja mit diesem Skyrim Creation Kit sowieso immer ein bisschen mich beschäftigt hatte. Und dann habe ich halt so einen Kanal gemacht. Und. Okay. Hm, das war zu schwieriger. Ja. Das muss da durch. Nee, muss es nicht, ich bin blöd. Und dann dachte ich von den Tutorials her, irgendwann musste ich dann halt mal ins Spiel, um die verschiedenen Mods, die ich dort erstellt habe, zu testen. Und. Dann habe ich gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die sie anrufen möchten, lieben sie nicht. Liegen sie auf. Hm, 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 wie nett. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ähm. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Wie komme ich hier rüber? Oh mein Gott. Was soll denn das werden? Okay, bevor ich jetzt die Geschichte weitererzähle, muss ich hier irgendwie... Erklärt mir das mal ein, ob ich hier rüber kommen soll. Gibt's hier ein Schiff oder sowas? Ach, mit der Lichtbrücke. Ah. Okay. Gut. Nee, dann... Sagte ich halt, wie ist es denn, soll ich mal ins Spiel gehen? Dann meinten die meisten im Tutorial, Jaja, geh mal ein Spiel, mach mal ein Let's Play. Und so fing es dann an, dass ich nicht nur die Creation Kit Tutorials gemacht habe auf meinem alten Kanal, sie, aka Videos. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah. Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. So, also wie gesagt, das fing dann an auf meinem Kanal, C aka Videos. Total blöder Name. Fing ich dann mit Let's Plays an und das erste Let's Play war Skyrim. So, dann war aber... Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja, dann war es halt so, dass... sich das dann irgendwann... Der Kanal C aka Videos... Da dachte ich dann, okay, der Name ist scheiße. Ähm... Ist zu allgemein. Du wirst erst mal nur Let's Plays machen. Mach dir einen neuen Extra-Let's Play Kanal. Und da hab ich dann die alten Videos hochgeladen und dann ging's los mit... Krangus LP. Krangus LP, eine Mischung aus... Christopher und Krangus... Äh, und Angus. Angus Young, mein Gitarren-Vorbild. Deswegen Angus. Und das dann zusammengezogen ist, einfach Krangus. Ich kann's auch noch zehnmal sagen, damit's die Letzen auch noch kapieren. Krangus, ne? Viele kapieren das ja meistens nicht unbedingt so. Aber gut, ja. Nach einem Jahr gibt es diesen Kanal schon. Können wir jetzt feiern. Wir können's aber auch einfach sein lassen. Ich wollte da jetzt nicht so einen großen Aufstand. Ich möchte... Wollte es nur noch mal ein bisschen erwähnt haben. Weiß nicht, ob jetzt noch irgendwie... Gewinnspiel-mäßig was kommt. Ich glaub's eher weniger. Ihr kennt mich, ne? Ihr wisst, dass ich da bei solchen Sachen nicht unbedingt der Typ bin, der hier großes... Palaber und... Gedöns und was weiß ich nicht noch alles macht. Das geht mir in manchen Sachen wirklich ziemlich am Arsch vorbei. So, wie komm ich denn hier hin? Ich möchte jetzt nämlich wieder ein bisschen zu Portal kommen, damit wir hier ein bisschen... Ah, ich seh schon. Müssen hier oben das Portal schießen. Damit wir dann hier so... Ja, das muss ja auch mal weg. Wie kann ich das Portal löschen überhaupt? Geht nicht, ne? Geht nicht, liebe Freunde. Weil ich muss hier irgendwie hochkommen erst mal. Ui! 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 Also muss ich hier im Laus schießen dann. Siehste, das ist das Problem. Wie mach ich das? Oh, ich könnte kotzen. Was soll das? Ah, ich krieg' einen Wutanfall. So, haben wir hier schon mal was. Ah, und das muss dann hier rübergebracht werden. Ich stell' mich grad wahrscheinlich wieder schöne blöd an, ne? Und ihr lacht euch hinab und denkt euch, Mensch, Kränges. So dumm wie du kann man manchmal nicht sein. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, hier war ich... Bin ich falsch? Ah, es geht nur, dass ich hier so ein Portal schieße und dann... Warte mal, ich bin auch schön bescheuert. Nee, bin ich nicht. Also nichts. Ah, okay, hier hast du keine Möglichkeit. Dass sie hier dann irgendwie... Ist doch scheiße. Absolut gescheiße ist das gerade. Ich überlege, ob ich das Offscreen löse und dann... Ja, ich schau mich wahrscheinlich mal ein bisschen Offscreen um und dann gucken wir mal. So, also ich hab's rüber geschafft und der Würfel erstmal auch. Es war zwar eine ziemlich blöde Aktion, wie das geklappt hat. Ähm, aber ja. Puh, so. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wir schauen uns das mal an. Ah, der wird da hingeleitet. Da können wir jetzt da mal gucken. Irgendwas stimmt hier doch immer noch nicht. Okay, die Testkammer fuckt mich gerade richtig schön ab. Da hat man ja schon. Hier war ja, glaube ich, nichts mehr weiter. Und da drüben müssen wir hinkommen. Okay. Wie sieht's aus, wenn wir mal hier oben nachgucken? Was war hier? Ja, hier war ja nur der dann. Okay. Ach, dann muss er hier auch noch durchwartet. So. Kompliziert, kompliziert. Fragen über Fragen. Und ich hab keine Antworten. Ist da? Nee, okay. Wollte ich gerade sagen, weil wenn du irgendwie auf eine Portalfläche schießen könntest, wäre es schon was anderes. Und ich glaube, da oben ist eine Portalfläche. Die wir nutzen können. Nee, okay, nicht. Dann nicht. Ey, ich werde mir doch nicht gleich noch ein Video angucken müssen, um zu gucken, wie ich das löse, ne? Ah, da ist ein Würfel. Ah, toll. Wie würdest du den kriegen? Wie würdest du denn da rankommen? Turm hochgefahren. Du kannst nur versuchen, mit Glück hier den irgendwie zu erwischen. Ich weiß jetzt übrigens, warum wir uns die Knochen nicht brechen. Wir haben unten ja sowas wie Metallbeine dran. Deswegen brechen wir uns dabei auch nicht die Knochen. Wenn wir jetzt hier 10 Meter runter springen, ne? So, Tür ist offen. Die Viecher sind tot. Also so gut wie alle fast. So. Und hier rüber kommen wir jetzt auch noch irgendwie. Aber wie? Das sieht mir fast schon wieder so aus, als ob ich da nicht hochkomme. Ich sehe schon. Ich sehe, ich weiß wie. Tschüssi. Macht's. Gut. Endlich können wir diese Testkammer hinter uns lassen. Junge, Junge. Das war jetzt aber auch anstrengend. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Für mich, hoffentlich. Hoffentlich eine optimale Lösung für mich. Weil sonst wird das hier nichts. Kann auch übrigens sein, dass wieder nur 20 Minuten werden. oder... Ja, also im Prinzip... Ich möchte es nicht übertreiben mit den Einjahr-Crages. Ja, ich möchte es nur mal erwähnt haben und feiern. Zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ja, das ist ja dann fast wie ich. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Hier kann ich mir auch noch dran erinnern. Uuuh. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Das war richtig schön assig. Hier müssen nämlich drei Strahlen rein. So wie ich das gerade mache, ist das garantiert nicht richtig. Hier sind noch drei Strahle. Hier müssen drei Strahlen entstehen. Dann müssen die ja im Prinzip hier drauf zeigen. Dann haben wir schon mal drei Strahlen. Oh, jetzt fällt mir noch einer, der richtig kalibriert werden muss. Und das ist... Upsala, der schießt hier rein. Und das ist... Mensch, ich will doch einfach nur sehen, welcher Strahle das ist. Der da, okay. Na, das wird so aber nichts. Ne, das wird so nichts. Dann muss ich... Okay, den kann ich nicht umlenken. Der schießt ja direkt hier drauf. Okay, dann schießt der nicht mehr. Das ist jetzt sicherlich alles wieder ganz falsch, wie ich das gerade mache. Und dann lenkt man den. Jetzt haben wir es. Wunderbar, Mensch. Der Meister der Strahlen sozusagen sind wir. Wer braucht den... Meister, äh, den Herr der Ringe. Wenn der Meister der Strahlen hat. Ich liebe diese Metaphern immer, wie die auf uns anspricht, ne? Von allen überflüssigen Trennen und so weiter und so fort. Das ist... Ach, das ist... Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Schon wieder. ...unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Ja, ja, aber es klappt verzählig. ...konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. So, jetzt sind wir schon mal auf einer höheren Ebene. Müssen sowieso hier rüber. Ne, Tim, Tim, Tim. Ich sehe schon. Es wird wieder... Lustig. Das wird lustig. So schlimm wird das nicht. Ich muss mich erstmal hier rüber schießen. Okay, dazu muss ich hier hin. Dann hier hin. Dann hier hin. Nein, das war zu hoch. Dann hier hin. So. Noch etwas höher ein Stückchen. Am besten ganz hoch. So, dann sind wir nämlich hier. Ach, siehs, dann können wir hier nämlich auch. Ja, super. Wunderbar. Super, habe ich das gerade gemacht. So macht man das. So spielt man Portal. Wenn du Gott vom Tier bist, ruinier einfach nochmal alles. So, das ging deutlich schneller. You shall not pass. Ich mag Gandalf. Ich weiß nicht warum. Das ist mein sympathischer... Der sympathischste Charakter aus Herr der Ringe für mich. Fällt mir gerade mal so auf. Was ist jetzt los? Grüezi. Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Ja, ich bin früh dran. Hey, Blecheimer. Ich kann dich hören. Lauf! Okay. Der Ausbruch beginnt. Wir hauen hier mal lieber ab. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Hier lang. Ich schließe die Türen. Nur nochmal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiter rennen. Äh, mal eben kurz zu den Plänen, die ich hier Tattoo habe. Wir deaktivieren Ihre Turmproduktion, deaktivieren Ihr Nervenkiss und dann treten Sie sich gegenüber. Ja, das ist doch spannend, Mensch. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Äh, was? Niemals. Nein, ich vertraue meinem Freund. Ich vertraue dem Bradley. Der ist ein bisschen empathischer. So, na toll, wie komme ich jetzt? Ach, hier geht's weiter, gut. Diskussion beendet. Ja, der Bradley, ähm, und ich sind jetzt also dabei, die nette GLaDOS dann zu eliminieren, fertig zu machen, weil die nicht mehr unbedingt so nett ist, wie sie das vorher vielleicht war. Und die Tests gehen uns ja mittlerweile auch auf den Nerv, ne? Deswegen ein bisschen Abwechslung. Das finde ich auch in Portal 2 besser. Hier gibt's ein bisschen Abwechslung. Also hier gibt's einmal die Geschichte ganz normal Testkammern und dann hat das den Fluchtplan mit Bradley und dann am, ganz am Ende würde ich nicht zu viel verraten, dann ändert sich auch nochmal etwas extrem krass. So, und dann hier. Und dann sind wir wieder da. Schön, dass wir die Portal-Kanonen haben, ne? Ach, scheiß doch auf, Geschütztürme. Was sollen die machen? Schießen ein bisschen auf dich und dann hat sich das auch erledigt. Flucht, los, renn weg. Das schafft man, das schafft man, das schafft man. Oh nein, wir schaffen es vielleicht doch nicht, wenn es so weitergeht. Das ist ein Fahrstuhl, sieht aber ziemlich komisch aus. Boah, da würde ich aber auch, da würde ich den Kopf kriegen, also da hätte ich richtig schön Schiss. Ach, hier geht's lang. Wenn sich da alles so zusammenpresst, das ist doch auch nicht das Wahre. So, unsere Fruchtpläne, äh, unsere Fruchtpläne, unsere Fruchtpläne haben geklappt. Genau, ne, unsere Fluchtpläne haben also wunderbar geklappt. Ich denke, wir sind heute auch ein bisschen drüber, über den Zeitlimit, haben etwas länger gemacht, sind beim Teil 5 mittlerweile angekommen, die Flucht. Und ich sage so lange, ciao, euer Krangus, einjahr Krangus, und ich werde euch sicherlich noch mindestens für drei Jahre weiter nerven, von daher, bis zum nächsten Partportel, macht's gut, haut rein.